Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Portal 2 mit dem geistesgestörten Sascha! Woohoo! Aber ich sollte meine Portale nicht umschließen. So, fang an. Alles klar. Wie letzte Folge angekündigt, wir sind hier bei Chapter 4, Challenge 8. Und müssen Sascha jetzt mit diesem, den Stream invertierenden Button... Nein, 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 ist zu schnell, ist zu schnell! Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich wollte nur grad mal zeigen was hier passiert. So. 3, 2, 1, jetzt! 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 Ich bin doch schon dabei! Bleib mal entspannt. Ich war schon in den Stacheln, ich hab grad schon Schaden bekommen. Oh. So, jetzt? Äh, warte mal. Ich weiß grad nicht, wie's weitergeht. Ah ne, über mir, über mir, warte. Äh, nein, nein, nein! Okay, okay, okay. Nein, ja. Gut, warte, jetzt links von dir, links von dir. Ja, ja. Jo, alles klar. Nein. Was war das? Ihr war böse. Warum? Weil die Falschhör dazugeht. Ah, Lola, das hab ich gar nicht, ja, okay. Ich hab grad so darauf mich konzentriert. Da musst du teilen, da musst du mich erstmal so lang zurückziehen, bis das Ding zugegangen ist und dann kannst du. Ich find nix, was ich auf Tab stellen kann. Junge, den Finger auf Tab zu stellen ist nicht so schwierig. Du brauchst momentan nur W, S und Tab. Ja, aber ich muss ja auch gucken. Muss ich auch gucken. So. Ja, gut. So. Das sieht gut aus. Jetzt. Durch mit dir, durch mit dir, durch mit dir. Ich glaub das Ding da oben kommt auch runter. Ja? Ja. Oh, ich bin grad raufgestiegen. Fuck. Au. Das hat Aua gemacht. Ja. Schade. Eine Sekunde zu spät. Mein Fehler. Aber kein Ding. Sascha, was machst du dann auch immer wieder? Ah, Mann. Ich bin einfach nicht so ganz bei der Sache. Ja, merk ich. Schlimm, schlimm. Welchen muss ich umsitzen? Den Dunkelblauen, alles klar. Aufstehen. Ja. Das sieht bei mir nicht so knapp aus, wie es bei dir ist. Gucken. Ja. Nein, kannst du... Warte. Nein, 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 nein. Warte. Nicht riskiert. Ja, das hätte ich auch nicht geschafft. So. Ja. Geht durch. Doch, das schaffst du, Dicke. So. Okay. Ich glaubst du soll das passen. Ja, ja, ja. Doch, gut, 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 gut. Und durch da. Mama. Jetzt hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh, shit! Toll. Was war das? Ich dachte, ich muss da rüberspringen. War hinter dir, ah ne, hinter dir war auch ne Stachelwand, ne? Weiß ich nicht. Warte mal. Da ist auch Stachelwand. Kommst du dann da rüber? Ah, nein, da am Ende des Ganges ist ein Portal gewesen. Äh, ne Fläche gewesen. Ach, du hättest das setzen können, oder wie? Müsste. Okay, dann versuch's nochmal. Da hab ich Panik bekommen, weil über mir plötzlich die Stachel. Ja, ja. Und dann bin ich rauf und dann bist du gesprungen. Warum? Warum was? Das Ding hier ist weg. Welches Ding ist weg? Ja. Und? Okay. Über diese Holowand, die verändert, dass ich hier Portale setzen konnte. Ja, ja. Aber ich glaube, ich muss trotzdem noch rüber. Würde ich auch fast behaupten, wa? Sonst geht's nicht. Ja, Krippler muss umgesetzt werden. Das ist jetzt mehr Timing und Geschicklichkeit, aber das sieht gut aus. Äh, ja. Gut. Gut, durchdicht jetzt. Uuuuuh. Ah, zieh mich mal nochmal zurück. Jo. Und, oh. Oh, das könnte schon knapp gewesen sein, Ma. Oh shit! Doch, reicht, reicht, reicht. Boah. Schwanger. Und ziehen, 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 ziehen. Nein! Nein! Doch! Alter! Okay. Alles klar. Gut. Nein! Fiegerauss. Gabi, Katze! Ich hab full. So. Warte mal, äh... Jetzt kannst du den String nehmen. Genau. Ich mach mich mal raus. Ja. Dann müsstest du eigentlich genau bei mir rauskommen. Ja, das Problem ist, jetzt müssen wir noch irgendwie rüber gefeuert werden. Ja. Aber das sollte kein Problem sein, warte mal. Du 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 du. Eeeh. Ach so, einfach so ein Jump-Ding. Jo. Kriegst du mich irgendwie hoch? Jo, jo, warte. Ähm, ich muss das rote setzen. So, warte. Bleib entspannt, ich mach das für dich. Einfach... Ach so, ich soll einfach... Okay, du lässt mich runter. Einfach ganz entspannt. Genau. Alles klar. Bist du oben? Ohhhh... Ja, ich bin an der Decke. Go. Huiiii! Au. Ausgezeichnet. Dann komm ich noch nach. Sascha ist schon fertig drüben. So, ich jetzt noch schön trollen, sagst du? Nein, bitte nicht. Hehehe. So, ich mache das mal. Ohhhh... 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 ... Ich werde euch noch einen Test aus dem Standard-Testing-Trakt zu machen. Bitte befreien von diesen Kindergarten, während ihr zu Hause seid. Nein! Okay, erstmal alle beide Gesten machen, sagst du? Jo, sehe ich auch so. Alles klar. Läuft bei uns. Auf jeden. We need to find a power station at the end of this course. The humans must have accidentally disconnected it from my grid. I am sure it was just a clerical error. Oh, those clerks. Shit. Was geht ab? Oh, shit! Du Arschloch! Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Mieser Kleiner. Wow! Oh, aua! Ach, recht so, ey. Man, 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 man. Kommt er mich jetzt so, ey. Oh, oh. Sieht böse aus. Wie er das denn geht hoch. Wie er das denn geht hoch. Warte mal, wo müssen wir hier hin? Keine Ahnung. Ich denke mal da. Ja, warte. Genau. Ähm, Sascha? Ja, die... Nein, 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 nicht das, das Blaue! Du weißt, dass du die Lichtbrücke hättest setzen müssen, ne? Und ich hoffe, dass die Explosion das System schlägt. Macht Sinn. Guck mal, du dich mal lieber um den einfacheren Job. Ja, wie wär's, wenn du den Stream mitnimmst? Sehr gut, ne? Warte, 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 welchen muss ich denn umsetzen? Regé! Verdammt! Verdammt! Klappt! 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 Achso. So. Jetzt hört aber gleich der Stream auf. Aha! Ah! Ja, ist doch in Ordne. Wir müssen ja eh da unten hin. Ah, da unten hört's auch auf. Okay, gut, alles klar. Au. Hättest du das eben nicht verkackt, wären wir jetzt schon fertig gewesen. Ja, genau. Du warst für die Lichtbrücke zuständig, du Kuro. Au. What? Sicher! So. Wait, what? Warte, 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 mach mal ganz entspannt hier. Lass mich mal erstmal abchecken, ich weiß noch gar nicht, was hier abgeht. Okay, die ausschalten. Oh, oh. Aua. Wo sind die denn alle? Hallo? Aua! Ich krieg' Schade hin. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Das frag ich mich jetzt aber auch gerade. Ja. Uuuuuh, genau. So. Uh. Und nu. Ne, warte mal. Ah! Doch, 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 warte. Doch, doch. Ah. Wait for me! Autsch. Okay, wenn da. Jo, perfekt. Schauen wir mal, was hier los ist. Hyper Hyper. Geht nicht längs? Ne, müssen wir wohl hier durch. Was? Machst du jetzt? Wo willst du denn durch? Warum? Ach so! Ah! Okay, verstehe. Hätte ich jetzt so gedacht. Ah, macht vielleicht Sinn. Nicht wahr? So ganz eventuell. Lol. Durch da. So. Was haben wir hier? Hallo! Aua! Pff. Okay. Und hinter dir. Das ist aber ne Lichtbrücke. Wir haben noch ne Lichtbrücke. Das war kein Stream. Der Stream muss da hin, denk ich mal. Ja. Ja. Kannst du denn irgendwo die Lichtbrücke schnappen? Das versuche ich gerade rauszufinden. Oh! Autsch. Autsch. Da unten. Oh ja. Zack. Dann halt da. Zack. Ein bisschen tiefer. So. Jetzt sind wir in der Halle, wo wir eben gerade schon waren. Genau. Oben drüber. Wo sind wir denn längs? Ich würd sagen... Hier unten. Warte mal. Welches muss ich umsetzen? Das zellblaue. Vorsicht, wir fallen. Ja, genau. Geronimo! So. Welches muss ich umsetzen? Ich weiß nicht! Hier ist kein Portal! Aua! Hier ist... Aua! Ja! Da! Nein! Aua! Wo wäre eins gewesen? Ich hab's nicht gesehen! Wo fangen wir wieder an? Achso, hier. Hier oben. Gott sei Dank. Was machst du? Den Stream? Ja. Gut. Oh, wir müssen hier die Klappe zu auf einmal. Klappe zu mir auf die Tür. Den erinnern mich dran, rot muss ich immer umsetzen. Rot musst du auch umsetzen, alles klar. Rot muss ich umsetzen. Und wo kann ich jetzt das Portal setzen? Da an der Wand macht ja wenig Sinn. Hier auf der Seite da gleich. Also auf der anderen Seite von der Säule. Okay, alles klar. Warte mal, ich muss das Hellblower setzen, alles klar. Aua, au. Nein! Nein! Oh, oh, ich krieg gerade aufs Morgen. Hier ist... Ah ja! Alles klar. Gott, den hatte ich nicht gesehen. Ich hab's nur an den Säulen versucht gehabt. So, lass mich rein. Wir müssen wieder die Disc einlegen. Ach sie schon. Keep 62.02 offline. Was auch immer das hier ist, falls das einer von euch erkennt. Ich nicht. Aber bei Stanley Parable stand ja auch immer so geiler Scheiß auf den Flipcharts drauf. Könnt mir vorstellen, dass das auch irgendein Easter Egg ist. Vielleicht. Wer weiß. Du hast es nicht. So. Du hast es auf dem System geholfen. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Siehst du, nichts schlecht passiert. Excellent. Tschüss. Auuuutsch. Super. Damit sind wir schon beim letzten Abschnitt angekommen, wa? Ich glaube auch. Ja, der Portal 2 Korb ist nicht so sonderlich lang. Beide. Wo beißen wir jetzt nicht bei 5 von 6 oder gibt es nur 5? Ich bin aber an uns gerade nur 5. Oh! Hindernis laupt. Rungenschaftsrei gescheitert. ... 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 Es geht hier kurz ab. Machina. Da kommt fas an. Wo denn? Da links. Ah. Okay, alles klar. Weißt du Bescheid. Was hat der Knopf gemacht? Was macht der Knopf? Wow. Okay. Weißt du direkt Bescheid? Wow. Zum Teufel bin ich. Da geht's im Exit. Extra Courses take place after the Main Courses. Was? Da f***? Ich glaube wir sind hier falsch. Da da da. Huch! Cours? Sechs! Doch wir sind schon bei sechs. Sind wir zu weit? Ja. Wir müssen aber zurück zu fünf. Aber wir wissen es gibt jetzt einen Cours sechs. Haben wir den damals gespielt? Nein. Never. Ich kann mich nicht mal an diese Röhren erinnern hier. Ja doch. Ich schon. Aber... Ja? Haben wir den gespielt? Ich weiß es nicht. Ich kann mich da echt nicht dran erinnern. Achso. Warte mal. Genau. Äh. Dann mit springen wahrscheinlich da oben. Genau. Hier ist auch nichts mehr. Gut. Ah, hier sind wir richtig. Cours fünf. Nummer eins. Jetzt kommt der böse Part. Mit den Gums, ne? Hier mit diesen... Ah, mit dem Slime. Slime. Jetzt müsste der angehen, ne? Und damit kann ich jetzt springen gehen. Ich glaube blau war zum springen. Rot... Äh... Orange war zum... Äh... Geschwindigkeit aufbauen, ne? Richtig. Und weiß ist zum Portale setzen. Genau. Weiß ist zum Portale setzen. So. Und da müsste jetzt orange raus. Auch blau. Okay. Kriegen wir irgendwo einen Cube her? Ich kann jetzt nur den hier powern, dass du da raufkommst. So. Ja und ich krieg hier oben bestimmt nen Würfel, oder? Bestimmt. Ne. Warte, warte, warte. Gummst du hoch, Minion? Sehr gerne. Ha. Dieses Level dieser einen erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Und tschüss. Deshalb machen wir direkt den nächsten Abgang. Ah, ja, 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 ja. Aber wir fragen uns gar nicht so schlecht. Es scheint, dass ein paar von den letzten Non-Testing-Humans alive versucht, sich schrecklich in den anderen Menschen zu schützen und sie ihre Träume zu schützen. Ich glaube, sie wollten sie verabschieden, indem ich sie nicht in den Testen verabschieden kann. Das ist, warum Menschen diese Kursen nicht zu erfüllen können. Sie verabschieden ihre Freunde als Angelegenheiten. So. Jetzt geht da unten was auf. Sehr schön. Kannst du dein Globo-Portal da irgendwie setzen oder so? Ne, ne? Du bist ja auch da durchgelaufen. Ja, gut, ich kann natürlich zurückgehen, aber ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Ähm, ich wollte nicht links drücken, ich wollte den drücken. Ha. Könnte hier einen Stream setzen. Könnte ich gerade sagen. Und dann müsste man da mit dem Glibber hochspringen. Da unten ist auch nochmal eine Möglichkeit. Aber das wird nur zum Wegkommen sein wahrscheinlich, wenn man es verkackt. Also müssen wir irgendwie den Blauen zu sein. Ah, kann man. Nee. Warte mal. Da ist doch ein Pod. Ja, ja, warte, 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 warte. Entspann dich mal. Huch. Genau. Damit habe ich fast gerechnet. Das ging jetzt aber gründlich daneben. Warte, dann war... Nee, da komme ich nicht ran. Brauchen wir bestimmt den Stream zu. Warte, ich muss den Stream machen. Und jetzt darfst du das Ganze wiederholen. In der Tat? Ich weiß noch nicht mehr, was sie sagt. Achso, das war dafür. Na gut, das war unwichtig. Ach, der Stream weg! What the fuck? Achso, lol. Ich bin schon zu spät. Ja, ich habe gerade nicht drauf geachtet. Ich habe hier den Knopf gemacht. So, nochmal. Mama, Mann, dieser Typ, ey. Platsch! Sehr schön. So. Jetzt brauchen wir den Stream, um da rüber zu kommen. Wait, what? Nee, wir müssen da jetzt ja irgendwie noch selber hinkommen. Guck mal, kannst du... Da hin, müssen wir ja noch irgendwie kommen. Ja, ah, nee. Sag nicht. Ah, doch, sag mal. Ich glaube, wir müssen da noch den Glibberkram hinfinden. Jep, würde ich auch fast behaupten. Warum springst du da dann runter? Weil... Weiß ich nicht, weil ich sterben möchte. Weil ich lebensmüde bin. Suizid gefährdet. Oh, dieser Typ macht mich fertig, ey. Ja. Ähm. Glibberkram kannst du jetzt nicht aktivieren, ne? Time to say goodbye. My love is away. I'm done. Now you're just wasting my time. Ach, klar, das hat die Sammeln. Gut, aber die Zeit für diese Folge ist auch schon wieder abgelaufen. Ich würde sagen... Das wollte ich gar nicht. Wie wir den Rest dieses... Ich würde sagen, das wollte ich gar nicht. Sehr gut. Ich würde sagen, ähm... Wir machen das hier nächste Runde zu Ende. Nächste Folge. Bedanke mich bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.